Einen wunderbar viel zu warmen Tag wünsche ich euch und damit care, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares. Sie haben hier es immer noch zu warm mit der Jacke, aber ihr wisst Bescheid, weiß, zu hell und so, nicht so gut. So, was habe ich heute Spannendes zu erzählen? Oh, heute zum Frühstück. Da gab es was ganz Leckeres. Also eigentlich, naja. Ähm, Musa-Schokolade, kennt ihr das? Das ist so dieses... Das ist so die Schokolade der Schokoladen. Das ist so eine Art fluffiger Schokopudding. Darf ich das so sagen, ohne dass mich irgendein Engländer oder so haut? Und was ist das Engländer? Ich glaube schon. Oder aus Schottland. Ah, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall super, super lecker. Musa-Schokolade. Klingt eigentlich viel mehr... Was gibt es hier Spannendes? Das ist ein Hebel. Ja, sehe ich auch so. Und jetzt... Wir müssen die Augen zumachen. Das ergibt auf eine skurrile Art und Weise Sinn. Das nicht? Oh, ja. Oh. Ne, alles wollte ich jetzt nicht drehen. Na, vielleicht. Nochmal vielleicht. Vielleicht muss man erst so eins nach dem anderen machen. Ich weiß es nicht genau. Kann ja sein. Das sieht aber gut aus. Na, doch nicht. Vielleicht noch das Kleine. Ah. Ne. Vielleicht nochmal alles eins drehen. Ah. Und dann vielleicht nochmal einzeln. Ich weiß es ja nicht. Einzellen. Entschuldigung. Deutsch. So. Ach, damit drehen wir beide. Das ist schwerer, als es aussieht. Ist das überhaupt machbar? Ne. Okay. Dann, ähm. Noch eins, glaube ich. Ja. Hallo? Seltsam. Also das war schon das, wo wir am meisten Progress hatten. Da war das noch aus. Oh. Drehen wir jetzt das in der Mitte? Ne. Wir drehen das Einzelne, oder? Ah. Perfekt. Weil das hier sah schon richtig aus. Hier brauchen wir einen Key. Sowieso. Okay. Aber dann ist das hier vielleicht schon richtig mit diesen Augen. Eu-eu-eu-eukchen. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Oh. Wollte ich das? Ich empfinde das als sehr unnötig. Wird wahrscheinlich irgendeinen Sinn haben, aber ich wüsste jetzt nicht welchen. Hoch. Da steht doch hier safe nicht ohne Grund rum. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich kann das auch nicht verschieben. Ich kann ja nur hoch. Ich kann mich auch nicht festhalten. Hier vielleicht hoch. Ich weiß es nicht. Ich bin arg überfordert gerade. Weil ich bin mir ziemlich sicher. Hier kann man nicht hoch. Dass ich das schon richtig gemacht habe. Aber. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe jetzt nämlich den Fahrstuhl. Ich hatte eben noch gesagt. Finde ich relativ unnötig. Und jetzt nehme ich ihn. Hier waren wir ja schon. Hier sind wir fertig, oder? Nicht? Ich hätte gesagt, wir sind hier fertig. Hier haben wir diese Bücher reingeschoben beim letzten Mal. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut sie euch gerne an. War ganz spannend. Und nervig. Vielleicht kann man auch von... Ja, oder so. Weiß es ja nicht. Das ist immer alles so pretty sus. Aber mal schauen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal standardmäßig in diesen Raum links. Weil... Okay. Vielleicht wenn ich das Licht ausmache. Leuchtet es oben heller? Macht überhaupt keinen Sinn. Aber vielleicht schon. Oh. Hier. Das ist schon arg merkwürdig. Vielleicht wenn ich nicht überall drücke. Einfach nur laufe. Das hier hinten, in der letzten Folge, muss ja auch irgendwas bewirkt haben, dass wir in die Statue abgestellt haben. Das hat aber gar nichts gebracht. Ich glaube nicht. Das ist schön. Und ich habe keine Lust im Internet zu googeln. Also das Spiel... Also das DLC hat schon so ultimativ schlechte Bewertungen von mir. Da fange ich jetzt nicht noch an, im Internet nach Lösungen zu googeln. Hier kann man auch safe nicht ohne Grund hochklettern. Glitscht es wieder ein bisschen? Ich weiß nicht, ob ihr was seht. Ich sehe nichts. Aber hier oben ist auch nichts. Nö. Ich glaube auch nicht, dass sie mittlerweile weg ist. Nö. Da hinkommen soll, weiß ich auch noch nicht. Kann man hier noch irgendwo Bücher einsortieren? Könnte sein. Könnte doch nicht 20 Minuten lang dasselbe Rätsel machen. Auf sowas habe ich halt auch nicht wirklich Lust. Klar, es ist ein Rätsel-Puzzle-Spiel. Aber für mich sind die Rätsel nicht logisch. Da oben sind die Augen angeleuchtet. Es passiert aber nichts. Es ist alles ein bisschen weird hier. Hier brauchen wir eindeutig den Schlüssel von ihr. Keine Frage. Wir nehmen jetzt nochmal die Leiter. In dem Raum hier war ja auch nichts mehr, oder? Darf ich sagen, dass das ein bisschen creepy ist? Dass da unter dem Auge schwarze Paste runterkommt? Nun gut. Hier hinten ist obviously nichts. Also diese linke Seite können wir ausschließen. Die rechte Seite auch schon. Oben passiert nichts. Und unten auch nicht. Außer ich komme da halt wirklich weiter. Nur ich bin einfach zu doof zu wissen, wie. Ich mache jetzt die Lichter wieder an. Was hat es schon gebracht? Die Lichter auszumachen? Gar nichts. Gar nichts. Hier links geht es ja obviously durch, oder so. Lass mich mal hier hinten vorbeischleichen. Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Da ist die runde Figur. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Okay. War vielleicht eine nicht ganz so gute Idee, das Licht anzuschalten. Wups. Vielleicht passiert jetzt aber irgendwas. Vielleicht lädt jetzt irgendwas gescheit oder so. Und es ist nicht mehr verbarkt. Jetzt sind beide Lichter wieder an. Bitte sagt mir, dass dieses Ding da rechts noch da ist. Ich verstehe legit gar nichts. Und ich werde jetzt auch gleich einen Cut setzen. Wenn jetzt nicht irgendwie oben was passiert oder sonst irgendwo. und schaue im Internet nach. Ey, es ist doch traurig, Mann. Was sind... Also... Hier. Also das ist alles richtig so. Was kann ich am Schalter machen? Nichts. Hier habe ich den Aufzug, der komplett unnütz hier rumsteht. Ah, wir sehen uns gleich wieder. Ich, äh... Google mal kurz. Also... Ganz kurz. Es ist einfach nur ein Achievement, ja? Ähm, aber das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe schon wieder die Maus im Bild. Mann! Hä? Hat er eindeutig hier rausgeschoben. Okay. Das Spiel macht Sachen mit meiner Maus. Hier hinten gibt es doch noch dieses Buch mit dem halben Gesicht drauf. Das hier. Ihr glaubt nicht, wo das hinkommt. Ich bin frustriert. Also, klar. Es ist ein Zusatz-Achievement, was man finden kann. Kein Thema. Aber ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Ich kenne jetzt nur dieses... Achievement. Und zwar müssen wir ziemlich weit mit diesem Buch zurück. Ich kann mich nicht ducken mit dem Buch. Okay, das soll so. Perfekt. Wieso? 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 Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich kann mich mit dem Buch nicht ducken. Ich drücke die Taste. Es geht nicht. Ja, komm mal. Also, wirklich. Ich drücke die Ducken-Taste. Es funktioniert nicht. Ich ducke mich. Ja, ich nehme das Buch und ich ducke mich. Wenn ich das Buch weglege, kann ich mich ducken. Also, ich muss schon mit dem Buch in der Hand hinter ihr vorbeikommen, ungesehen. Das habe ich so weit verstanden. Wenn ich da jetzt ganz langsam langlaufe. Ist mir egal. Ich komme da durch. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie mich hier, wenn ich direkt hinter ihr bin, nicht sieht und nicht hört. Aber wenn ich den Raum verlasse, angerannt kommt wie sonst was. Ja, also, keine Ahnung. Kann auch einfach sein, dass das Game bei mir verbuggt ist. Wieso ist meine Maus immer da links, auch wenn ich sie hier drüben platziere? Also. Meine Maus ganz weg. Hä? Hallo? Game? Meine Maus ist weg. Okay, also lassen wir das mit dem Achievement. Ich gucke kurz. Also, ihr könnt das irgendwo nach links tragen, kriegt ein Achievement. Also, ich kann das nicht. Ist mir auch egal. Ach ja, sowas freut mich schon wieder, wenn das Game bei mir einfach nicht funktioniert. Habe jetzt nochmal in Safe State geladen. Äh, das ist alles richtig, jo. Diese Maus. Und sobald ich sie aus dem Game rausmache, ist sie... Das Auge sollte eigentlich auch zugehen irgendwann. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wie. Ich sollte mal meine Kopfhörer machen. Ich habe keinen Ton. Ich verstehe es nicht. Das ist einfach zu. Ich fange gleich an zu heulen. Wieso ist dieses Game denn so des Todes ver... Ah ja. Verpackt bei mir. Da habe ich Angst, dass diese Statue lebt. Oh mein Gott. Gib mir das unangenehme Gefühle hier drin. Warum ist es denn jetzt offen? Es macht überhaupt keinen Sinn. Das hat jetzt 20 Minuten gedauert herauszufinden, dass das einfach bei mir nur ein Bug ist. Cool. Ich laufe jetzt einfach. Wer mich irgendwas töten will, soll es was machen. Bilder von netten Menschen. Okay. Okay. Das ist... Das ist... Ich weiß nicht, wer das ist, aber die sieht man im Trailer zum zweiten Teil. Ob die anderen auch alle im zweiten Teil vorkommen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass man diese Frau da im zweiten Teil sieht. Okay, dann sind hier wahrscheinlich überall Schalter. Er ist überhaupt nicht creepy. Die scheinen aber richtig gewesen zu sein, weil es ging ja erst ab da aus. Hier ist jetzt so ein random Rätsel, wo ihr herausfinden müsst, welche Knappe ihr drücken müsst. Ja, ich würde sagen, mal wieder etwas random. So, dich skippe ich jetzt und jetzt drücke ich dich. Ich kann fünf random Sachen andeuchten. Okay. Äh, und wo sehe ich, was das jetzt für welche sind? Wahrscheinlich hier auf den Bildern. Ja, klar. Hier sind sogar die zwei Köche. Hier ist der Janitor. Ah, lol. Hier heißt das, ich muss... Okay, okay, okay. Ich muss gucken, wen es hier gibt von... Macht Sinn. Also, ihn gibt es hier. Der, den ihr rechts seht, den gibt es hier. Aber ich glaube, sie gab es nicht. Richtig wieder aus. Tschüss. Ey, die Bilder starren einen so an, dass... Das gibt es unangenehmste Gefühle der Welt. Ihr glaubt es nicht. Der sieht aus wie der Koch, aber welcher von denen ist der Koch? Wie er hier? Den hier gibt es. Gucken, ob es hier noch einen von denen gibt. Den hier gibt es doch, glaube ich, auch. Warte, lass uns einfach jedes Bild einzeln ablaufen. Dann wird das heute eine längere Folge. Ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, ob wir den auch gesehen zu haben. Da ist das Unterwasserwesen. Die hören alle zur Crew. Da, hier rechts, ja. Da ist er ja. Genau, er hier. Wir haben hier noch so ein Kind. Oder einen mit langer Nase und MC Grinsebacke. Okay, das Kind. Hier ist der mit der langen Nase. Warte mal. Der hat keinen Kopf mehr. Oder einen eingeschlagenen Kopf. Na, kommt vor. Die da oben sind halt super schwer zu erkennen. Ja, aber den mit der langen Nase. Den gibt es. Und der mit der langen Nase ist er hier. Hier, und einen gibt es jetzt noch. Den hier. Den gibt es. Perfekt. Das wusste ich. Der ist da. Ja, wenn ich das doch jetzt wieder nehme. Ich werde versteinert? Bitte sagt mir, dass das Rätsel so bleibt. Ich erinnere mich nicht. Vorne runter. Ich glaube, vorne runter ist die Lösung. Ah, ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Meine Aufnahme geht jetzt schon 40 Minuten. Ist das nicht? Das heißt, ich stelle mich da hin. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin doch... Ich sehe es oben drüber. Ja, alles gut. Alles gut. Trämmt mich nicht zu. Ich habe es gesehen. Boah, ich bin aber auch der dümmste der Welt. Laufen, 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 laufen. What? Ja, tot. Nee. Gucken. Noch eins warten. Nicht übermütig werden. Warten. Ihr glaubt nicht, wie nervenaufreibend das ist. Okay. Haben wir geschafft. Sehr schön. Nach 40 Minuten. Ey. Ja. Tag. Haben wir ein Gesicht? Was sind Kinder? Helft ihr mir? Nein? Warum sind hier Kinder? Also, ganz kurz zu diesem Secret, was ihr da hinten freischalten könnt. Wenn ihr da irgendwie durchkommt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie man da durchkommt. Da steht halt eine Urne. Zwei verstanderte Kinder und im Hintergrund so ein Bild von brennenden Kindern. Also von Feuer mit Gesichtern drinnen. Bisschen weird. Jetzt muss ich doch langsam mal was tun. Und dann. Ihr glaubt nicht, wie creepy das ist. Soll ich's gerade mitnehmen? Ach komm. Nehmen wir's mit. Vielleicht schaffen wir's ja. Ich will jetzt nicht sterben. Ich hab grad so'n guten Progress. Ist die noch da? Ähm. Ich hab grad so'n gut. Mann, was ist denn das? Die Lämmitte, Töchenlampe. Wer hat mich? Der Berüpp, der stand doch noch 10 Meter hinter mir. Okay, vergesst es. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Da komme ich mir nur dumm vor. Ich kann nicht mehr zielen. Ich kann aber auch nicht sagen, dass das ein gutes Zeichen ist. Kurze Frage, wie komme ich denn da hoch? Ach, einfach hochziehen? Ah, ja gut. Ich habe den Key. Und jetzt sterbe ich, weil da irgendwie wieder so ein Geist kommt. So richtig random. Ich sage es euch. Mein Mikrofon ist nicht richtig ausgerichtet. Sorry. Wobei, euch stört das, glaube ich. Ich nehme trotzdem auf, aber ich finde es super gut, wenn das Ende direkt auf meinen Mund zeigt. Weil dann weiß ich so, naja, ist richtig, was ich mache. So. Hallo? Gebt den Schlüssel ja auf. Ich habe jetzt Panik, dass wieder solche Geisterkinder kommen. Und warum sind die böse zu mir? Hallo? Ich bin auch ein Kind. Befreundlich. Hallo. Hier oben hat es gespeichert. Das finde ich gut. Oh, wer weiß, was uns hinter dieser Tür erwartet. Ja, Leute, das war es mit dem Video. Ich weiß nicht, wie viel ich hier rausschneiden muss. Lass uns mal hier lang gehen. Lass uns mal da vorne lang gehen. Ich mache hier bestimmt nicht das Licht an. Die Frau ist weg. Ich habe des Todes Angst. Ich sehe nichts. Immer gut. Ey, wenn jetzt hier der Endboss ist. Ich mache hier. Das war's. Wieso springt der in mich rein? Mann, das macht überhaupt keinen Spaß. Ehrlich, nee. Aber hier... Ich glaube, ich stehe ich gar nicht mal so schlecht. Würde ich sagen. Weil die müssen ja von vorne kommen. Dude, du warst sehr unauffällig, muss ich sagen. Kann es auch sein, dass hier einfach unendlich viele sind? Kann natürlich auch sein... Geh weg von mir. Nee, ich glaube nicht, dass es unendliche sind. Weil die kommen echt unregelmäßig. Hör auf, es auf mich zuzurennen. Okay, es sind vielleicht unendlich. Mann! Ich habe keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also es ist der Wahnsinn, wie dieses Spiel mich richtig emotional runterzieht. Hier mit der Taschenlampe RS. Ich gebe dir gleich deine Pusel. Hier bleibt alles schön davon. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen. So. Ich bewege mich einfach gar nicht. Da hinten ist einer. Einer, ich meinte zwei. Da spawnt direkt einer vor mir. Oha, hä? Ich mache das jetzt so lange, bis hier keiner mehr kommt. Und wenn die for real und endlich kommen, dann beende ich das Let's Play an der Stelle, weil ich nicht weiß, wie es hier weitergeht. Und wenn es nicht mal unendlich sind, es sind viel zu viele. Hier ist sie nicht unendlich. Aber ich kann zielen. Das ist halt so das größte Problem, was ich gerade mit dieser Sache habe. Und ich mache jetzt hier auf und da kommen jetzt 10.000 raus. Erstmal noch da ziehen. Also for real hätte nicht sein müssen. Tori ist aber echt zu viel. Jetzt machen sie Gegnergespame und das in einem Spiel, wo es relativ wenig Gegner gibt. Geh dich doch. Kann nicht laufen. What? No way. Ey, Mann. Ey, wenn ich hier sterbe, hat wieder alles von vorne. Und darauf habe ich halt legit überhaupt keine Lust. Und weil ich immer noch zielen kann, weiß ich, dass es nicht vorbei ist. Jetzt gespeichert. Sehr schön. Ich kann nicht mehr zielen. Oh, bin ich erleichtert. Ich nehme jetzt seit 50 Minuten fast auf. Ach ja. Hä, da ist nicht weiter. Ähm, wenn ihr mir sagen würdet, wie es dann an der Stelle weitergeht, würde ich mich freuen. Nee, egal wie, ich ziele nicht mehr. Das finde ich gut. Ja, jetzt dann doch mal die Frage. Ach, hier hoch. Das war ja offensichtlich. Okay. Aber das Dopamin nicht schlecht jetzt gerade. Ja, klar. Da unten muss dieses Buch mit dem Gesicht hin. Und wo es bei uns einfach nicht funktioniert, weil es verpackt ist. Ich kann nicht aufhören. Ey, bitte keine Kinder mehr. Ich habe echt keine Lust mehr. Und da beschwert man sich immer über die Erwachsenen, die sich über Kinder beschweren. Hinter mir. Weißt du, die kommen von vorne und von hinten und ich kann legit nichts tun. So, jetzt fängt es mit Zielen an. Ich kann mich nicht bewegen. Ich sehe sie nicht. Ey. Das ist doch des Todes unfair, wenn ich die nicht sehe. da in dem Käfig. Ich will es nicht wissen. Die haben so eine Maske auf und das sind so Geister. Ich würde dann auch gerne mal die Folge melden. Keine 40 Minuten Folge hier. Hallo. Geht eine Safe nicht. Da ist der Ausgang, wo wir mit Six hochlaufen. Blood trusty. Ich truste einfach. Come on. Oh yes. Ich schmecke euch. Die Folge geht schon wieder viel zu lang, ich weiß. Oh mein Gott. Ich verstehe die Aufgabe. Von da kommt Licht. Und da können sie halt voll legit nichts mehr. Weil da kommt Licht. Nicht aufhören, nicht aufhören. Nee, da kommt kein Licht. Wie unfair möchtest du sein Spiel? Ja. Come on. Ich brauche eine Pause. Muss die Green Screen hier noch einrichten. Oh mein Gott. Ach du meine Güte, Leute. Wer euch die heutige Folge gefallen hat, zeigt das bitte mit einer positiven Bewertung. Also sonst gibt es hier Ärger. Ich schicke die Kinder zu euch. Ich glaube nicht, dass ihr so viele Batterien habt, wie ich Kinder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Und ciao, Leute. Geheim. Tschüss. Ich wolfschläge. Tschüss. Hey importa.